Ja, liebe YouTube-Freunde, liebe Uhrenfreunde, willkommen heute hier aus dem nördlichen Niederösterreich, aus einer Sammlung. Der Eigentümer bat mich im Besonderen, nicht seinen Namen zu nennen. Und dieser Herr sammelt spezielle Uhren, Uhren mit technischem höchstem Aufwand, Uhren, die etwas besonders sind. Wir dürfen einige seiner Uhren hier unseren Uhrenliebhabern auf YouTube auch in Zukunft präsentieren. Die heutige, heute vorgestellte Uhr ist eine Bodenstanduhr des bekannten oberungarischen Uhrmachers Johann Lerner, der in Kaschau Karriere gemacht hat. Ich werde dann, nachdem ich die Uhr vorgestellt habe, auch ein bisschen über seine Biografie, die sehr interessant ist, referieren. Wir sehen eine Bodenstanduhr in einem Nussholzgehäuse, ohne Ahornadern, ein spezielles Gehäuse, das lokaler Fertigung ist. Kaschan, ungarisch signiert, in Kaschau für den ungarischen Markt. Das Johann Lerner, eine Uhr, die scheinbar kein Gewicht hat. Das Gewicht befindet sich hinter der geteilten Rückwand. Dahinter läuft ein schweres Bleigewicht ab. Die Uhr läuft neun Monate. Lerner hat Uhren mit langer Gangdauer gefertigt. Das war eines seiner Spezialitäten. War sehr erfolgreich. Die Uhr hat für den Uhrmacher typisch ein glasverkapseltes Uhrwerk. Und Lerner hat eines gemacht. Meines Wissens, der einzige Uhrmacher, der mit einem Schlagstempel seine Uhrwerke bezeichnet hat. Lerner in Blockbuchstaben. Die Uhr verfügt über einen Grahamgang und ein Stahlkompensationspendel. Eine für den Uhrmacher typische flache, feuervergoldete Glanz- und mattvergoldete, randrierte Lünette. Und natürlich ein Sekundenpendel. Ja, der Oberteil ist nicht wie bei den Laternenuhren üblich in einem abnehmbar, sondern man kann hier die Tür abnehmen, indem man sie nach oben drückt. Und vielleicht noch interessant, sie hängt an einem Haken, wie man sehen kann, etwa zwei Zentimeter über dem Boden, um in der Zeit um 1830, da ja sehr oft Holzböden, Tramen verwendet wurden, die Uhr von jeglicher Erschütterung zu bewahren, wodurch sie stehen bleibt. Erwähnenswert auch die mehrfache Inventarnummern zur Geschichte der Uhr, interessant. Sie wurde, sie war einst im Kloster Jassov, das ist ein Prämonstratenser-Kloster in der Nähe von Koschice. Wurde dann eben durch die Kommunisten enteignet, etwa 48. kam dann in ein kleines Museum namens Budimir, das ist ein kleines barockes Herrenhaus, ein sehr hübsches, ein Urmuseum nördlich von Koschice. Wurde dann durch vom Kloster verkauft und ich habe mich bemüht, erfolgreich bemüht, diese Uhr wieder in das Kloster zurückzuführen. Die Inventarnummern sind die Nummern aus der staatlichen Verwaltung der Museen. Da war diese Uhr über 40 Jahre sozusagen Eigentum der Nationalmuseen der Slowakischen. Ja, Johann Lerner, ein niederösterreichischer Uhrmacher, Sohn eines Schuhmachermeisters aus Zistersdorf im Weinviertel, 1790 geboren. Wurde Uhrmacher, übrigens eine Dynastie, die über 100 Uhrmacher hervorbringen sollte bis zum heutigen Zeitpunkt. Hat dann in Berlöhne, Gottfried Löhne in Bresburg, Bratislava gelernt und ist dann weitergezogen nach Koschice, sind immerhin fast 500 Kilometer. Wieso, weiß man nicht. Er wurde 1822 Meister dort. Interessant, wenn er eine kleine Uhr war, sein Meisterstück hat geheiratet und ist zu großem Vermögen gekommen, war sehr erfolgreich. Er hat die Durmur der Kirche in Koschice servisiert und seine Spezialitäten waren die Pendeluhren, Präzisionsuhren, teilweise mit Hilfszifferblättern und unterschiedlichen Anzeigen. 1842 hat der Uhrmacher einen Preis, eine Medaille gewonnen, anlässlich der Gewerbsprodukten oder Gewerbeausstellung in Pest, im alten Vigato, im alten Redoutengebäude, das es heute nicht mehr gibt und ist 1867 als Vermögen der Mann, er war sogar an einer Bank beteiligt, in Karschau gestorben. Interessant, ein identes Stück befindet sich in einer Budapester Sammlung, Er hat aber auch Kleinuhren gefertigt, auch günstigere, einfache Uhren für den täglichen Gebrauch, für die kleinere Brieftasche, Kommodenuhren, Reiseuhren sind von ihm bekannt, aber seine Spezialität waren die Pendeluhren. Zwei seiner Uhren befinden sich im Kunstgewerbemuseum in Budapest, das gerade renoviert wird, aber auch in anderen Sammlungen. Das ist mein bester, mein liebster Großuhrmacher in den Provinzen, derer es ja nur fünf, sechs gab, abseits der Städte Wien, Pest und Ofen und Prag. Und man kann getrost sagen, dass Lerner zu den wichtigsten Uhrmachern gehört, denn seine Uhrwerke sind von allerhöchster Qualität. Ja, wir freuen uns, wenn Sie auf den Like-Button klicken und unsere Videos liken. Und wir werden aus dieser Sammlung noch weitere Uhren präsentieren, wie gesagt, Uhren mit höchstem technischen Anspruch. Wenn Sie uns in unserer Galerie, in unserem Geschäft besuchen wollen, in der Stallburggasse 2, in der Wiener Innenstadt, in der Nähe der spanischen Hofreitschule, dann freuen wir uns auf Ihren Besuch und können Ihnen über 20 ähnliche Pendeluhren präsentieren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020